Wir haben Verstärkung bekommen bei uns im Studio, zu Besuch bei uns der SPD-Experte für Flüchtlingspolitik, Lars Castellucci. Guten Morgen. Schönen guten Tag, Herr Castellucci. Einmal ganz persönlich, wenn Sie diese Bilder der vergangenen Tage, der vergangenen Stunden dort sehen aus dem Grenzgebiet, was gehen in Ihnen für Gefühle um? Haben Sie Sorge vor dem, was auf uns zukommen könnte? Tausende, die nach Deutschland wollen? Oder haben Sie Mitgefühl, vor allen Dingen Mitleid mit all denen, die dort in der Kälte sitzen, am Zaun stehen, frieren und sich Gedanken machen um Ihre ganz persönliche Zukunft? Ja, das ist ja kein Gegensatz, was Sie gerade schildern. Also einmal, ich war unter anderem auch auf Lesbos, als ich dort das Lager besucht habe, ging es mir auch nicht gut. Das sind immer schlimme Bilder. Und ich finde, Politiker müssen sich vom Elend in der Welt berühren lassen, sonst braucht man sie nicht, sonst werden sie nicht tätig werden. Und das geht mir bei der Person, die bei mir im Wahlkreisbüro ein Schicksal hat, genauso, wie wenn man jetzt solche Fernsehbilder bekommt. Das ist das eine. Aber ich bin auch zuversichtlich, denn wir haben in den letzten Jahren ja auch vieles erlebt und auch Lösungen erarbeitet. Und deswegen werden wir auch diese Krise meistern, denn es handelt sich ja im Kern nicht um eine Migrationsfrage hier, sondern es ist hier ein Verbrecher unterwegs, der Menschen an dieser Grenze verbringt. Und ich denke, darüber sollten wir jetzt auch sprechen. Nach Meistern sieht es aber im Moment nicht aus. In der vorletzten Nacht wurde der Grenzzaun durchschnitten. Immer wieder sehen wir ja auch Bilder von Menschen, die dort ausharren, die dort frieren, die zu einem Spielball geworden sind. Was ist Ihre Lösung? Was schlagen Sie vor? Ja, also das ist zunächst mal ein abscheuliches Verbrechen, dieses Diktators Lukaschenko. Ich nenne das staatlichen Menschenhandel. Das ist leider eine Kategorie, die wir noch nicht rechtlich gefasst haben. Wir sind damit von Erdogan schon mal konfrontiert worden und jetzt lernen wir das auch in Belarus kennen. Überrascht worden davon? Ja, überrascht. Wir dürfen uns an solche Sachen nicht gewöhnen, sondern wir müssen dafür, so wie wir für andere Angriffe auch uns wappnen, müssen wir uns rüsten und müssen wir auch die rechtlichen Vorkehrungen treffen. Ich bin dafür, dass man jemanden wie Lukaschenko für so etwas anzeigen und vor ein Gericht stellen kann, weil das ist eine ganz, ganz schäbige Art der Bedrohung, die hier auf dem Rücken von ganz armen Menschen stattfindet. Und deswegen ist unsere erste Aufgabe, das auch zu unterbrechen. Und weil Sie sagen, dass jetzt zu wenig passiert, es passiert meistens zu wenig, wenn wir irgendwo eingeladen sind. Und das kann man auch nur zugestehen. Aber wir wirken jetzt ein auf alle Partnerländer, auf die Länder, von denen die Menschen losziehen, auf die Fluggesellschaften. Und wir haben dabei auch schon erste Erfolge, dass diese Linien unterbrochen werden. Und nochmal, es geht hier einerseits um das Schicksal der Menschen, die vor Ort sind. Da geht es um Humanität und da müssen wir auch tätig werden. Da muss auch Polen uns unterstützen. Aber vor allem geht es darum, diesen Zustrom zu stoppen. Ganz kurz, was sind die Erfolge, weil Sie sie gerade nennen? Das heißt, es gehen weniger Flüge definitiv in den vergangenen Stunden nach Minsk und Moskau. Können Sie das hier bestätigen? Also wir haben hier weiterhin eine Zahl von vielleicht knapp 1000, die täglich in Belarus ankommen. Allerdings sind wir ja nicht vor Ort dort und können durchzählen. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt nicht im Detail bestätigen. Aber ich weiß, dass wir beispielsweise mit der irakischen Regierung oder mit der jordanischen Regierung schon erfolgreich sind und dort auch begonnen wird, diese Flüge zu unterbinden. Man hört überhaupt gar nichts von Olaf Scholz. Wie erklären Sie sich das? Er ist ja womöglich bald Kanzler. Er ist auf jeden Fall Vizekanzler. Heute wird er sprechen. Es geht aber vermutlich um Corona. Sollte er sich nicht zu Wort melden in dieser Krise? Also Olaf Scholz wird jetzt gerade in diesen Minuten sein Sakko wahrscheinlich zumachen und vorne hin ans Rednerpult sich langsam aufmachen, wenn es um Corona geht. Das ist auch wichtig. Die Menschen haben verdient, dass es hier Orientierung gibt. Aber es gehört sich auch dazu, diese Themen ins deutsche Parlament auch wieder stärker zu bringen und deutlich zu machen, dass wir hier diese Regelungen auch treffen und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Das wird heute stattfinden und gleich im Anschluss wird es eine Debatte geben im Deutschen Bundestag und bei der wird der Bundesaußenminister Heiko Maas sprechen. Ich denke, das ist auch eine gute Arbeitsteilung. Also Sie erwarten von Olaf Scholz nicht, dass er was sagt oder erwarten Sie, dass er zu diesem Thema was sagt, nicht nur zu Corona? Ich denke, dass heute für ihn das Thema Corona ist und dass wir dann eine Debatte haben, in der der Außenminister die richtigen Worte finden wird. Aber das ist die Reaktion von Olaf Scholz in den vergangenen Tagen. Auch wir hatten ihn ja angefragt, schon vorgestern, da sagte er heute nicht. Also heute, an diesem Donnerstag, einen Tag später ist dann auch wieder heute nicht. Das Problem ist, Sie haben es hier mit einem, haben Sie ja selber gesagt, Verbrecher, mit einem Diktator zu tun. Der spart nicht an klaren Worten, der setzt uns ordentlich unter Druck, der schickt die Flüchtlinge sofort an die Grenze und legt dann verbal nochmal nach. Seine Soldaten stehen an der Grenze, ihm gegenüber polnische Soldaten, in der Nacht Warnschüsse. Und wir haben keine Regierung und das Gefühl ist, man ist hilflos im Moment. Da äußert sich noch nicht jemand klar und Olaf Scholz eben auch nicht. Warum auch heute nicht? Also ich freue mich über Ihr Interesse an Olaf Scholz und hoffe auch, dass das über sehr, sehr viele Jahre jetzt nicht abreißen wird. Aber wir haben ja schon bei der letzten Regierungsbildung gesehen, dass das sehr, sehr lange gedauert hat und da sind auch Leute auf mich zugekommen. Aber er hört ja der Regierung an. Er ist ja Vizekanzler. Das vergisst er vielleicht im Moment. Das wollte ich Ihnen gerade bestätigen, was Sie gerade sagen. Wir haben schon vor vier Jahren, haben wir eine sehr, sehr lange Phase der Regierungsbildung gehabt und die Menschen sind auch etwas unruhig gewesen. Ja, fehlt da nicht irgendwas? Funktioniert da eigentlich alles? Und wir haben gesehen, wir sind über diese Zeit gut drüber gekommen. Ja, es ist eine besondere Zeit. Man kann jetzt auch nicht, wir haben parallel laufende Verhandlungen und wir müssen sehen, dass das alles gut orchestriert wird. Aber genau daran wird ja auch gearbeitet. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir jetzt Mitte November haben und hoffentlich in der ersten Dezemberhälfte dann den Kanzler wählen, dann haben wir das ja auch geschafft. Aber nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, er sagt ja gerade nichts, offenbar, und das haben Sie ja gerade bestätigt mit Ihren Worten, weil er diese Verhandlung ordentlich orchestrieren möchte, sagen Sie. Das heißt, der würde im Moment riskieren mit klaren Worten Richtung Lukaschenko und Putin, dass ihm die Ampel möglicherweise ja irgendwie aus dem Griff gerät, dass er das da nicht zusammengebunden bekommt. Ihm ist im Moment die Ampel wichtiger, als dann klare Worte zu schicken nach Minsk und nach Moskau. Also ich teile Ihre Kritik nicht, aber möglicherweise werden wir uns da auch nicht einigen. Ich bin der Auffassung, dass es an klaren Worten an die Adresse von Herrn Lukaschenko in keiner Weise fehlt. Wir haben eine amtierende Bundesregierung, die auch weiter geschäftsführend im Amt ist, die Macht, ihre Arbeit und parallel stehe beispielsweise ich Ihnen jetzt hier auch zur Verfügung. Wir schauen mal rein. Olaf Scholz hat nämlich was gesagt, das war aber im August 2020, da hat er mit dir gesprochen und da ging es um Lukaschenko. Wir schauen mal rein. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Präsident keine Legitimation mehr hat, sonst würde er nicht mit so unglaublicher, so brutaler Gewalt agieren. Und die Tatsache, dass sich überhaupt niemand gegenwärtig einschüchtern lässt, dass viele Menschen sehr viel riskieren, ist ja auch eine große Hoffnung der Demokratie. Denn letztendlich ist die Demokratie ja etwas, das aus dem Volk wächst und auf der Kraft des Volkes beruht und das zeigt sich hier. Ja, diese Hoffnung wurde zerschlagen damals, muss man sagen. Lukaschenko dennoch an der Macht, an der Macht geblieben. Wir erinnern uns alle an diese Bilder, die wir damals aus Belarus gesehen haben. Wie schauen Sie jetzt dort in die Zukunft? Was muss passieren dort am Zaun? Wir haben darüber gesprochen, immer wieder hören wir Sanktionen. Es wird fast überparteilich das Gleiche gefordert. Aber um die Frage, was passiert mit den Menschen, die dort jetzt in diesen Minuten, während wir sprechen, frieren und rüber wollen? Sollen sie rein oder sollen sie in den Wälder mitnehmen? Also erst mal klare Kante gegenüber dem Regime, Sanktionen, Konten sperren und diese Dinge. So haben wir die Situation vor Ort und wir haben klare Grundsätze. An den europäischen Außengrenzen soll niemand zu Tode kommen. Wer es dort hinschafft, der soll anständig behandelt werden. Da muss die Menschenwürde gelten und die Gesetze und das Recht, das wir eben auch geschaffen haben. Wir sind im 70. Jahr der Genfer Flüchtlingskonvention. Die ist sehr bedroht. Unser Anliegen ist es, dass wir sie auch erhalten können, auch in Zukunft. Also an dieser Grenze muss Recht und Ordnung gelten. Das heißt, dass das Grenzmanagement auch funktionieren muss. Das gilt übrigens für beide Seiten. Weder haben Migranten ein Recht, mit Weißzangen sich versuchen, selber einen Weg durchzuschaffen, aber umgekehrt sind Pushbacks illegal. Deswegen bin ich dafür und tritt die SPD-Fraktion dafür ein, dass Frontex dort zum Einsatz kommt und eine an Menschenrechten orientierte Grenzpolitik dort wieder... Alles aber gerade, Entschuldigung, wenn ich das sage, nicht der Fall. Also es funktioniert nicht, Frontex ist nicht da. Ja, die Menschen sind aber da. Und die Frage ganz konkret, die Menschen, die dort jetzt sind, reinholen in die EU oder nicht? Also zunächst mal geht es um humanitäre Hilfe vor Ort. Also da muss der Zugang gewährleistet sein, die Verletzungen... Was heißt das, Decken über den Zaun werfen oder... Das heißt, dass dort die Hilfsorganisationen Zugang finden müssen und Sie kennen das ja an anderen Orten auch, dass dann stabile Unterkünfte stattfinden, dass die Menschen erst versorgt werden, was Ernährung, was Medizin angeht. Das heißt, da müsste Lukaschenko zustimmen? An der Stelle, wo Sie sind, muss Hilfe zugänglich sein. Das ist der erste Punkt. Und dann ist klar, dass wir darüber sprechen, dass das natürlich kein Dauerzustand ist und dann wird es das geben, was wir rechtlich... Nochmal, es geht um Recht und Ordnung und das auch durchzusetzen. Ist völlig klar, wenn jemand an den Grenzen auftaucht, an den europäischen Außengrenzen und um Aufnahme, um Schutz nachsucht, dann gehen Verfahren los. Dann geht übrigens auch los, dass wir registrieren müssen, dass wir wissen müssen, um wen handelt es sich denn da eigentlich. Dann ist eine Sicherheitsüberprüfung nötig. Und wenn es ein Asylverfahren geben soll, weil die Leute danach fragen, dann muss das auch stattfinden. Das sind die Dinge, die vor uns liegen. Und am Ende wird es auch um Verteilung gehen in Länder, die dazu bereit sind. Aber im Moment ist es tatsächlich die Aufgabe, unmittelbar humanitäre Hilfe dort auch ankommen zu lassen. Und da sind wir dabei, allen möglichen Druck und Gespräche zu führen, dass das auch stattfinden kann. Noch einmal ein letztes Mal ganz konkret die Frage, weil all die Fragen und Antworten, die Sie gegeben haben, die sind unzweifelhaft wichtig. Und trotzdem lösen sie vor Ort gerade das aktuelle Problem nicht. Die wirken möglicherweise langfristig, aber konkret am Zaun dort, die Tausenden, die da stehen, sind Sie froh um jeden, der reinkommt oder froh um jeden, der am Zaun stehen bleibt auf der Nicht-EU-Seite? Froh zu sein ist jetzt hier keine Kategorie, sondern ich habe gesagt, wir haben Rechte und wir haben Gesetze und die haben überall zu gelten. Für Leute, die hier im Land leben und ihr normales Leben nachgehen und arbeiten und das gilt auch, wenn jemand an einer Grenze kommt, gibt es keine Privatangelegenheit, da einfach drüber zu kommen, sondern es gibt Regeln, die geschaffen worden sind, nach denen das stattzufinden hat. Das geht im Moment nicht, weil die polnische Regierung mit Polizei und Militär dort aufgetreten ist und die Menschen überhaupt keinen Zugang zu Verfahren haben. Und unser Ansatz ist, dass sich das schnellstmöglich ändern muss. Sie bauen jetzt hier einen sehr starken Druck auf, dass es schnell gehen muss. Das ist genau das, was ich, wenn ich in Gremien sitze, auch mache. Sie haben vorhin auch gesagt, der Lukaschen und Co. macht doch und wo bleibt denn unsere Reaktion? Aber es ist für Politik auch ganz wichtig, sich nicht treiben zu lassen und immer nur angetrieben zu sein, sondern konsequent bei den Dingen zu sein, die wir als Lösungen gefunden haben und denen nach und nach immer besser zur Durchsetzung zu verhelfen. Und da sind wir dran. Und manchmal auch schnell reagieren. Ich finde, auch das haben die letzten Monate gezeigt und ich glaube, das sehen wir jetzt besonders auch bei dieser Krise. Da, glaube ich, kann man sich nicht nur auf das verlassen, was man für ein Regelwerk geschaffen hat. Man steht vor einer neuen Situation.